Herzlich Willkommen bei Sportbüssli unterwegs. In diesem Video begrüßen wir Sie auf dem Börsmosestrand Camping. Auf dem Campingplatz gilt freie Platzwahl. Selbstverständlich respektiert man die bereits Anwesenden und hält Abstand zum nächsten Gast. Der Campingplatz ist in die Dünen eingebettet. Auf dem Platz befinden sich drei Sanitärgebäude. Es gibt mehrere Trampelpfade durch die Dünen, um zum Strand zu gelangen. Der Strand ist ein wahrer Traum. Feinkörniger Sand lädt ein, barfuß zu gehen. Die nähere Umgebung zum Campingplatz lässt sich zu Fuß und mit dem Fahrrad erkunden. Es begrüßt Sie ein wunderschönes Naturparadies. Der Campingplatz liegt in unmittelbarer Nähe zu einem der größten Militärgebiete Dänemarks. Dadurch ist mit Geräuschen von entfernten Schießübungen zu rechnen. Dies hat weder uns noch unsere Hunde gestört. Es scheint, als ob es einen Einklang zwischen Militär und Natur gäbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer wieder atemberaubend sind die schönen Sonnenuntergänge am Strand. Danke fürs Zusehen! Wenn Euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Falls Ihr keine Videos von uns verpassen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Vielen Dank und bis bald! Herzlichst Sportbüssli!